ja wo was denn das für mordmäßige Sprünge hey als verletzt mir die Eier alles ist geil oder ist ein Zombie nur was da verkackt den Fallschaden ich bin weitergesprungen ich hab mir aus den G-Mod Null gesetzt das und der muss wieder ganz von vorne empfangen das krägte der Jumpe warum ist der runter um keine Ahnung die die es hat sich mein Gott wie dumm bist du eigentlich du fällst ein zweites Mal da rein hierhin ja oh Gott er hat mich nach Leben und so uns kommt da 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 ich weiß nicht so da kommt es wieder falsch an ich bekomme gar keinen Fallschirm er will nicht auf den Städten Doppel drauf springen Röder muss ich den Bordstuhl was so stimmt Darm und Darm Darm Junge Darum einen Darm das Wendel oder sind Pfeile drin Lippen und Kulitzschilding ich brauche weiter Prozent im Ernst Schöpfe Köln die Künftel hin Prozent die Mauer Loll Da war ein Creeper. Be faster, Mario your sandwich. Leute, da war noch mal ein Creeper. What the fuck? Patti, ich bin doch Mario. Warte mal, hallo, hier. Ja, und? Hä, ja, mit Creative. Mit Creative oder was? Ohne. Hä? Ja, okay, ja, da rüberjumpen. Ohne, ja, okay, komm. Dann block alle, fick dich. Du bist Game Mode. Nein. So, weiter geht's. Ohne, da unten ist ein Schwimmbecken. Oh Gott, wo führten uns die... Achso, das sind Treppen. Äh, Leitern. Leitern. Warte mal. Nein, Patti, das sind nirgends Kichten. Ja, ja, ja. Ist nicht dein Ernst, dass du jetzt da nach Kisten suchst. Oh Gott. Das ist n geil. Hä? Ja, der werden wir nie fertig. Ich bin fertig. Absteige. Oh! Oh! Hm. Ich bin da im scheiß Game Mode. Ja, aber du. Ich bin gar nicht im Game Mode, da bin ich ein Scheiß drauf. Ja, ich weiß, aber sonst... Äh, 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 äh. Aber was sonst schon? Absolut. Was machst du? Ja, mir darfst du raten. Ach, nein. Nyu, 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 nyu. Ah, scheiße, Fallschaden. Oh, nee, im Ernst jetzt. Oh, Gott. Bo! Was ist? Nix, nix. Miu, miu, miu. Miu, miu, miu. Halt, sie geht irgendwie wieder hochkamern. Nix. Muuu. Komm, ich teile ich nicht hin? Oh, Strollshit. Hm. Hm. Hm? Er ist auf dieser Scheiß. Nix. Wo bist du denn? Also da seht ihr mal, wer hier Creative Maud benutzt, wer nur mehr alles macht, wenn man stirbt. Ich bin nicht gestorben. Ja, aber du bist runtergefallen. Was? Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Hast du nicht gestorben? Lala. Lala. LALA! Oh, ich lebe bei dem Alten Merz! Ahaha! Ahaha! Oh, das ist Treppe. Ach, so was anderes. Ah. Ahaha. Jetzt pass auf, jetzt kommt Trick 17. Scheiße. Ahaha. NEIN! Du stehst da immer noch rum wie so'n Blöder. Ey, ich bin so ein Rödergefallen, mein Schleswig. Achso. Loll. Oder sowas. Loll. Überleg'n! Bin ich doch schon lang. Komm, Buddy, das machen wir jetzt. Auf geht's. Weiter so. Unter dir. Alles klar. Nicht mehr, oder? Ja, fast. Ich hab mich, glaub ich, nicht gesprungen. Weiß ich jetzt nicht. Da, dahin wollte ich abkürzten, meine Fresse. Ich komm mal zu dir. Ach, das. Oh. Ist die Frage, wo du bist. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm mal ehrlich, schütteln. Das ist jetzt unfair daran. Oh, das kann man nicht mehr. Okay, ich bin... Buddy, moderier mal kurz weiter. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Ja. Ich bin schon wieder runtergefahren. Ich bin schon wieder runtergefahren. Ich bin schon wieder runtergefahren. Ich hör dich nicht reden. Ähm, ja. Und so weiter. Er kann mich nicht reden hören, weil er dumm ist. Ja, danke. Und er ist schon wieder da. Und diesmal gebe ich wieder an ihn weiter. An mich? Ja. Wie ist so denn an mich? Wenn du wieder da bist. Ach so. Stehenbleiben. Okay, doch nicht. Bist du nur im Creative? Nein. Sicher? Ja. Flagen? Ja. Oh, da musst du rechts abspringen. Hier abspringen. Von da nach da. Oh, opa. Weil da bin ich vorhin auch verreckt. Da bin ich schon zweimal verreckt oder so. Ja, aber da hättest du gar nicht, ähm, dich da hoch, äh, äh, kreativen müssen, weil du kannst du voll abkürzen.